moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ja heute elise ellerbach und zwar wartet kurz die muss ich kürze nachschauen die achte folge von elise ellerbach und ja es sind jetzt schon einige tage vergangen wir haben ja auch bei der bga bis sie gearbeitet und ja es ist jetzt schon mitte herbst und wir haben bis sie geld verloren aber das macht nichts warum wir geld verloren haben das zeige ich euch in dieser folge noch aber erstmal muss ich hier zum feld fahren und zwar weil es jetzt schon so weit ist wir können endlich hier unten und dann können wir endlich ernten ich habe ich habe schon ein brief an die gemeinde geschrieben weil auf jeden fall das fett können wir heute weil ich mir gerne fällt 100 hier das feld 128 kaufen wir damit ich was ich überlege ob ich da noch im weizenfeld was macht oder ob ich da kläre irgendwas an pflanze für die schweine halt aber erst mal bei grüßig geld ich brauche das geld wirklich unbedingt ich brauche das geld wirklich unbedingt schweine schweine so so ich so Hier ist mein Feld, okay, ich erlebe mir gerade, wo ich den Anhänger hinstellen kann, damit er nicht stört. Licht müssen wir anlassen und ich weiß es nicht, äh, gut, dass ich jetzt hier es geswitcht habe, aber, ja, anders geht es nicht. Ich hole mich einfach. Ich hole mich hier. Wettbewerb. 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 W- bliss is he pops. Ich hasse es Muss ich halt den Weg fahren Dort alles laner So das mei weglassen also die lasse ich einfach da auf der straße stehen es kommt eh nie ein auto vor allem so spät oder so früh nicht und wen können die auch ausweichen also ich hab's noch nicht gesagt heute keine facecam weil ich nur normal habe ich die facecam immer mit handy aber das will ich jetzt immer machen weil da muss ich es immer anschließen und schauen dass die koppelung nicht wieder weg geht und deswegen gibt es jetzt lange keine facecam so lange wie ich weil ich hier facecam habe und ja und bock habe mit zu spielen könnt ihr gerne mit schreiben auf instagram jess-907 könnt ihr mir schreiben dass ihr da mitspielen wollt und dann schreibe ich euch sicher zurück ob ihr jetzt mitspielen könnt oder nicht und ja also eine art bewerbung schreiben und dann schauen wir weiter dann 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 Was ist denn das jetzt schon wieder? Was ist das für ein Kack, Alter? Der shit bleibt überall hängen, Alter. Was ist das für ein Kack, Alter? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, wir sehen uns noch in keinem CUT wieder. So, Leute, das sehen wir wieder. Und ich hab gemerkt, dass die Folge jetzt noch lange ist. Deswegen machen wir das in der nächsten Folge. Bis dann. κιabidschlau. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017